hallo und ganz herzlich willkommen in dem nächsten paar minuten möchte ich euch mal zeigen wie ihr direkt in der vr an unseren live sessions teilnehmen könnt normalerweise schaut ihr die im stream an vr live aber es ist natürlich auch eine ganz spannende möglichkeit direkt hier zu uns in den stream zu kommen und dann hier als avatar auch direkt mit dabei zu sein und dazu braucht ihr zwei dinge das erste was ihr braucht ist ein account bei engage wir nutzen also als plattform engage für unsere ganzen vr-szenarien und da braucht ihr einen account und diesen account legt ihr euch direkt auf der engage vr.io webseite an das ist die die ihr hier seht und rechts oben seht ihr habt ihr login oder sein ab da klickt ihr drauf und dann kommt diese eingabe maske hier könnt ihr euch in normalfall anmelden wenn ihr also schon einen account habt ihr könnt aber auch hingehen und sagen ich melde jetzt einen ein konto ein account an auf der linken seite seht ihr brauche ein konto und da klickt ihr auf anmelden wenn ihr das getan habt kommt diese eingabe maske und dafür gibt ihr einen namen einen vornamen nachname eure e mail adresse und ein entsprechendes passwort ihr sagt noch ich erkläre mich mit den nutzungsbedingungen datenschutzrichtlinien einverstanden schaut die vorher gerne auch noch mal durch diese marketing e mails die klicke ich immer nicht an ist schöne möglichkeit und dann sagt ihr anmelden und habt dann hier mit dieser e mail und diesem passwort euren account angelegt sobald das passiert ist könnt ihr auch euch schon bei engage anmelden innerhalb der nächsten 72 stunden müsst ihr damit ihr dort aber den account auch behaltet eure e mail adresse bestätigen das dauert ein paar minuten dann bekommt ihr die in eurer postfach und sobald ihr die bestätigt habt ist euer account dann auch permanent soll ich gehe noch mal zurück auf die startseite neben diesem account braucht ihr dann natürlich auch noch die entsprechende software und ihr seht hier schon dort habt ihr alle möglichkeiten mit verschiedenen devices an solchen live sessions auch teilzunehmen auf der einen seite natürlich mit vr devices also mit dem headset mit der brille da klicke ich gleich mal drauf dann mit dem desktop computer oder natürlich mit dem smartphone oder dem tablet und ihr geht dann hier entsprechend drauf und könnt dann mal schauen was gibt es denn für verschiedenste headset wo das ganze läuft meta htc vive oder auch auf der pico oder über steam vr also ihr habt ihr alle gängigen möglichkeiten dort auf die software von engage zuzugreifen über eure über eure headset sowohl die stand alonest stand alone headset die gängigen momentan als auch die anbindung an den pc über steam vr funktioniert hier ihr habt also keine beschränkung dass es nur auf der meta oder nur in einer bestimmten brille läuft Nein, es funktioniert hier auf allen gängigen Headsets, die momentan am Markt sind. Aber natürlich nicht nur dort. Ihr könnt auch reingehen und sagen, ich lade mir das für den PC oder für den Mac runter. Ihr seht dort den Windows-PC oder den Mac und könnt dann an den Live-Sessions über den PC teilnehmen. Das ist also hier auch eine App, die dann bei euch am PC, am Mac läuft und darüber könnt ihr teilnehmen. Und last but not least, ich gehe noch mal eins zurück, natürlich auch mit dem Tablet. Also Android oder iOS bietet auch die Möglichkeit, die Engage-App dort runterzuladen und dann zu starten, euch anzumelden und dann seid ihr auf dem Tablet mit dabei. Das nutze ich ganz gern. Ich habe ein großes iPad und ich nutze das ganz gern auch auf dem iPad, insbesondere wenn ich konsumieren möchte, hinterherlaufen möchte, also praktisch in so einer VR-Live-Session. Einfach nur mal beobachte und konsumiere, aber mit dabei sein möchte und mir auch andere Dinge anschauen, als nur den entsprechenden Stream, der dort kommt. Also hier alle Möglichkeiten, alle gängigen Headsets, PC, Mac oder Tablet und Smartphone. Wenn ihr die App dann runtergeladen habt, also auf die Brille, auf eurem PC oder auf euer Smartphone, dann startet ihr die App und kommt dann in eine Eingabemaske und dort gebt ihr den eben generierten Account ein. Also eure E-Mail-Adresse und praktisch euer Passwort und dann kommt ihr in den Hauptbildschirm eurer Anwendung. Und wie es von da aus weitergeht, da schalte ich jetzt um von dieser Sicht hier auf meine Sicht, damit ihr genau seht, was mache ich denn dort, wenn ich da mich angemeldet habe und zu den Live-Sessions dazu gestoßen möchte. Also ich schalte um. Bis gleich dann. So, hallo jetzt hier in dem umgeschalteten Blickfeld. Nachdem ihr also eure App runtergeladen habt und hier gestartet habt, entweder in der Brille oder PC, Mac oder Smartphone, kommt ihr in diese Eingabemaske und dort gebt ihr eure E-Mail und euer Passwort des Accounts, den ihr gerade generiert habt, auch ein. Und klickt auf Remember Me, dann müsst ihr das nämlich beim nächsten Mal nicht nochmal neu eingeben, sondern das wird hier gespeichert. Danach klickt ihr auf Login und sobald ihr euch angemeldet habt, seid ihr dort im Eingangsbereich von Engage. Auf der linken Seite gibt es ganz viele verschiedene Menüs, auch an Sessions teilzunehmen, aber unsere Live-Sessions finden hier im Metaverse statt. Darum klicke ich hier auf Go Now. Ihr könnt auch hier oben Explore Link anklicken, das ist der gleiche Weg. Ich klicke hier auf Go Now und jetzt seht ihr schon die verschiedenen Bereiche des Metaverse in Engage. Ich klicke hier auf Education Plaza, bei mir ist es in Englisch. In Englisch, das kann bei euch der Bildungsplaza sein und dort haben wir einen eigenen Bereich, eine eigene Meta-Welt und da gehen wir jetzt mal hin. Also jetzt wird praktisch der Bildungsplaza, der Education Plaza geladen. Wir tauchen in diesen Education Plaza ein und dort befinden sich mehrere unterschiedliche Dependancen hier der Kunden, die praktisch hier eine eigene Meta-Welt aufgebaut haben. Manche sind noch in Coming Soon, das heißt, die werden noch aufgebaut, aber wir sind hier schon seit einiger Zeit auch drin. Und der Weg zu uns ist ganz einfach. Ihr geht hier praktisch rechts rum, dann hier die Treppe hoch und das erste Portal dort, das ist unser Portal von unserer Firma Unternehmen mit Zukunft GmbH. Dort taucht ihr in das Portal. Jetzt kann es sein, dass ihr die Umgebung noch laden müsst und dann erst auf Confirm oder auf Eintreten klicken müsst. Ich habe das natürlich schon des Öfteren geladen, das heißt, bei mir erscheint hier gleich der Ladebildschirm. Es wird kurz dunkel und dann wird es in unserer Meta-Welt wieder hell. In unserer Meta-Welt haben wir auch verschiedene Kunden, verschiedene Events, die dort aufgebaut sind, die hier ihre Portale haben. Und es gibt dort ein Portal, ihr seht das hier vor mir, VR-Live-Sessions. Das sind genau die Sessions, in die ihr dort auch hinein wollt. Das heißt, ihr geht durch dieses Portal und werdet dann entsprechend in den Bereich, den ihr vorfinden möchtet, wo die Session stattfindet, weitergeleitet. Das war es soweit. Also, Account anlegen, anmelden, egal in welchem Bereich, in unsere Meta-Welt eintauchen und dann hier die VR-Live-Session betreten. Geht dort durch das Portal und wir treffen uns dann hier auf der anderen Seite. Freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss. PACH 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 Vielen Dank.